Wer zur Seite, wer zur Seite, wer zur Seite. Ein bisschen dunkel hier drin. Wie blättern wir denn in dem Buch? Doch, immer mit E weiter blättern. Das Schiff-Lock ist mit dem Schiff fast unten. Ohne Schiffs-Lock können wir die Trouille nicht zurückholen. Gut möglich, dass sich jemand anders den Schiffsband holt. Weiter. Weiter mit E. Ach, da ist ja noch mehr. Und da ist die letzte Seite. Da müsst ihr jetzt was machen mit den Zeichen. Höhen-Auskündung versteckt sich in der Nähe der Träume der Insel. Hätte muss warten, ja doch, fast. Sieben Krieger, fünf Boote, der Schiss-Bahn. Der Schleier-Bahn. Sieben Krieger und fünf Boote. Ja, wobei ein Boot hat Platz für drei. Naja, ein Boot, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was ist denn da alles drauf? Also ich würde ja sagen, vielleicht eins, eins, drei, eins. Geht das? Ne, so haben wir nur vier. Müssten wir nicht eigentlich fünf von diesen Dingern haben? Theoretisch eigentlich schon. Weil wir haben fünf Boote. Fünf Boote und sieben Krieger. Das war eins. Zwei mal ein Einsatzboote. Vier mal... Drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sieben, acht, neun. Aber jetzt haben wir neun Krieger. Jetzt nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, erstes Rätsel gelöst. Natürlich. So, jetzt müsst ihr es anders machen. Schaut mal. Zwei. Zwei. Ne. Da war's. Zwei und drei, so. Fünf. Dann, erst Schleierbar. Achso. Eins. Du, Fussel. Zwei, drei. Verstehst du irgendwas? Vier. Ich, weißt du, ich find das gut. Ihr sollt das Rätsel machen und wir sitzen jetzt hier schön im Trocknen und... Cool. Ne. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt drücken. Wen? Knopf. Mich. So, pass mal auf, dann. Geht uns, zwei. Eins. Ein, zwei, drei. Jetzt drücken. So, jetzt müsst ihr hier das, ähm, also jetzt müssen wir das hier machen. Ihr seht, da ist so ein Scarabeus und da müsst ihr halt wissen, wo der Scarabeus auf der Insel ist. Der wäre hier. Kommt mal mit. Naja. So, was haben wir das nicht gut gemacht? Oh, ich bin sehr überzeugt von uns. Aber ihr, ihr müsst die Skelette killen. Naja, kein Problem. Da müssen wir hier krabben. Die muss ich jetzt einsetzen. Da warte ich aber auf euch. Komm. Kommt wieder zurück. Wo ist er denn nun wieder? Bist du in die Öle gegangen oder wohin? Ja, ich bin hinter dir. Achso. Also, jetzt muss man das hier einsetzen. Und dann kommt hier das nächste Build. Das ist beim Wasserfall. Beim Wasserfall. Da wäre ich jetzt auch sofort drauf gekommen. Natürlich. Der ist hier. Und das Medaillon ist... Hier. Das wird wieder eingesetzt. Und dann schauen wir uns das nächste Build an. Das ist bei den Steinköpfen. Absolut. Genau da hätte ich es jetzt vermutet. Das ist oben. Das war klar. War das wieder der Niklas, der Idiot? Mensch, was machst du denn eigentlich? Einer von euch hat da draufgeschlagen. Einer von euch hat da draufgeschlagen. Mann, Mann, Mann. Man kann ihm nichts einmal alleine machen lassen. Das ist schrecklich. Das ist wirklich. Du musst doch nicht zu dem Typen, der hier oben... Hör mal, lass den nicht raus, ja? Fehrmann. Lass den einfach hier drin. Was ist der Herr Fehrmann? Ja, das ist der Herr Fehrmann. Von ihm gibt es auch noch eine Story. Die kommt aber ein bisschen später. Vom Fehrmann? Ja. Da muss man herausfinden, wieso der uns hilft. Also, wieder in die Welt der Lebenden zu kommen. Naja, weil er Geld von uns kriegt, nicht? Normalerweise habe ich ja Geld in der Tasche und dann kann er die Überfahrt über den Stücks machen. Aber da ich ja notorisch pleite bin, wo hast du denn unsere Insel gelassen? Ah. Wir müssen jetzt zurück auf die Insel und die drei Köpfe finden. Die sind oben, da müsst ihr mit mir mitkommen. Naja, oben. Oben. Ich bin hinter euch. Ja, genau. Hier, äh, falsch. Du bist falsch gesprungen. Ja, das ist der Niklas. Der wollte nochmal irgendwas in die Luft springen. Na ja, wer kennt es nicht? Weißt du, und ich hatte schon gedacht, hör mal, nimm uns die Kisten dann mit, weißt du, wenn wir hier schon fertig sind. Aber nein, Niklas macht natürlich wieder so ein kleines Feuerwerk. Er kann ja hier oben wieder was sprengen, weil hier oben sind noch mehr von den Teilen. Dann sag ihm das doch nicht noch auch. Der macht das. Was? Wo? 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 Was? Wo? Ähm, hier in der Höhle steht. Eins, guck da. Stell dich mal davor, komm. Ne, ne, ich stelle mich nicht davor. Hä? Wo denn? Ja, hier. Ah. Ah. Siehst du, Fuzzles, wo macht man das? Ja, die sollst du doch mitnehmen, Mensch. Wo geht's denn weiter? Du musst hier mit mir mitkommen. Hier hoch. Wo hier? Warte mal jetzt. Der Steinkopf ist hier, ja. Hier vorne. Wir müssten das Skelett wegmachen. Guck, hier sind die Steinköpfe. Und hier muss jetzt wieder gegraben werden. Und da müssen wir wieder kämpfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Waffe funktioniert hier nicht. Doch, aber du hast halt Ausdauer. Du kannst nicht einfach immer schlagen. Oh. So, dann müssen wir jetzt das Medaillon nehmen oder halt die Münze und... Und? Unten einsetzen. Dann kommen wir zum Schatz. Und dann halt zu dem, was wir brauchen. Was bringt der denn, wird's schon wieder? Ich springe hier runter. Du kannst den Weg nehmen oder auch runterspringen. Aber jetzt... Jetzt müsst ihr alle zur Höhle kommen, weil jetzt müssen wir echt viel kämpfen gleich. Bei der zur Höhle, wo wir gerade waren? Ja, da, wo dieses... Wo der... Wo wir das Rätsel gemacht haben, wo der Raum vollgelaufen ist mit Wasser. Aber guckt mal, die Teile sind wieder hier. Die Explosion ist besser. Uh, dann gehe ich aber schnell weg hier. Seid ihr beide da? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin gleich da. Okay. Ich bin da. Jetzt müssen wir gleich kämpfen. Jetzt kommen richtig viele Skelette gleich. Also eigentlich nicht. Zurück zum Stift. Ja, er ist Kondi. Können wir die nicht einfach rumlaufen? Doch. Also versuche ich gerade, aber die verfolgen mich. Hi, ich bin Danny. Hi, hi. Schön, dich zu sehen. Hi. Mami! Hi, 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 hi. Ah. Fuzzle, fantreffen. Kann nicht so viel laufen. Ey, so schnell. Die Strate ist zu schwer. Anker hoch. Wot? Der Fuzzle hält doch mal mit. Mach doch! Du kannst die nicht treffen. Du kannst die nicht treffen. Die sind hier. Du kannst die nicht treffen. Anker hoch. Gehst du wieder alleine nicht hin oder was? Wie geht denn das? Ich geh an den anderen, an den hier ja dann. Geh mal an die Steuer. Und schau, dass du nicht gegen jeden so fahren. Ups. Ups. Wir müssen einfach nach Osten weiterhin. Oder nach Südosten. Aber mehr nach Osten. Sind wir gerade schon auf dem Kurs? Ja. Ja, fern wir. Wo müssen wir hin? Außenposten. Ja. Sind wir zum Außenposten? Ah ja. Ne, dann sind wir auf dem Kurs. Aus, leicht Süd, 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 Süd. Hast du auch gehabt, oder? Ja, ja, hast du. Hast du. Kurs Osten liegt an. Wie liegt an? Der Kurs Osten liegt an. Ach so. Nicht mehr deutlich sprechen kann er. Ne. Ist so laut hier. Okay, Google. Habt ihr auch die Wusse? Gebt's auf, Wussel. Gebt's einfach auf. Was ist das Wichtigste denn da ran? Okay, Google. Nur Licht aus. Na klar, ich schalte drei Lampen aus. Da ist irgendein Licht dran. Was gibt dir hier wieder mit dem Google-Zeug an? Oh. Was ist das denn? Hast du sowas nicht? Ah, warte mal. Ja, ist alles gut. Ich fahre einfach weiter. Der Außenposten ist ein bisschen mehr südöstlich. Also jetzt einfach so um den Felsen hier gleich drum rumfahren. Ich würde ja jetzt, ne, Wussel? Aber ich kann nicht, weil dann hört ihr euch nämlich doppelt. Jetzt hier in den Felsen. Und dann kriegt ihr auch schon 300 Gold. Die versaube ich erstmal. Die versaube ich erst mal. Sowieso. Das kostet nichts. Du kannst unendlich viel trinken. Ja, das ist mein Spiel. Auf welchem Außenposten gibt es eigentlich Noten? Auf keinen. Scheißspiel. Die installiert sofort. Ähm. Ich glaube, du musst links rum, weil da ist der Anliegeplatz. Aber wir können auch mal richtig rum. Wo denn? Ähm. Ja, ob wir links rum jetzt schaffen. Ja, da. Ja, ich würde mal ein bisschen die Segel wegnehmen. Mach ich. Was ist das für ein Scheißboot hier? Fahr einfach weiter jetzt da und um die Innsbruck rum. Nö, ich habe nur mal Anker, also. Ah, Anker brauchen wir doch noch nicht. Ja, Wussel, hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Was denn? Dann heißt es links, dann rechts. Ihr müsst auch mal vorher was sagen. Da guckst du, siehst du den Anliegeplatz, da musst du hin. Äh, also wer das kann. Pff. Ah, da liegt es sogar gut, guck mal. Da liegen Schätzchen im Wasser. Gut für die Welt. Wieso lassen die Schätzchen liegen? Vorm Außenposten, ja, okay. Das ist bestimmt eine Falle. Ne. Glaube ich nicht. Schatz, 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 schatz. Jetzt angerufen, einer muss vorennen und ankommen, runter. Also vorsorgen, werfen, bin ich mir an Bord. Ich auch nicht. Oh, seid ihr bescheuert, Mann. Uuuaaah. Ich hab'n Klaasfall-Trick und warte mal, was ist da drin? Nichts kann der Puzzle, nichts Hab' ich von dir